Weihnachten 1976, von meiner Mutter. Holen Sie Ihren Abteilungsbeamten, sagte der Beamte, meinen Namen hörend. In Ihrem Paket ist was. Um das zu demonstrieren, ist nur sein Detektor an den Kanten entlang. Es piepte in seiner Nadel. Aber was er piepen machte, fangen keine Revolver, keine Granaten. Das Paket kam von meiner Mutter, Hadias Molle. Meine Mütter, ihr wisst es, sind die Ohnmächtigsten ihrer Großmächte. Was der Piepen machte, war zinophag. Meine Mutter packte nicht nur mit Limpel, sie packte mit Umsicht. Sie sahen extra dünnes Papier und stand mit der Bildfarbe in der Küche. Ich sehe sie vor mir, wie sie da steht und packt auf das Gramm genau. Fünf Kilo sind erlaubt, sie schickte fünf Kilo. Und nicht nur das, aber das andere Limpels. Sie packte mit Liebe. Und Liebe, ihr wisst es, ist immer höllisch genau. Ich hielt alles nach entsetzlich kleinlicher Kontrolle und saß dann vor den geschickten Schätzen, die alledem vor seiner Laterne sind. Essen. Dreimal im Jahr ein kleines Paket. Zu Weihnachten fünf Kilo, zu Geburtstag und Ostern nur drei. Und das kam genau. Essen. Diese Würste, der schenkend, die Putenlust und alles. Gewürzte, Gewürz und Friedenschmeiß. Die Schokolade mit Nüssen. Mit Nüssen. Und es darf sie. Und Haselnut. Und Fallenut. Und Nougat. Nougat, Mann. Essen. Immer weißt du, was das heißt? Oh, dieser Käse. Und jener da. Caprice, Petille. Crème de Pré. Sprich es aus, wie es laut, sag mal laut, in diesem leeren Klo, in dem sie dich leben lassen. Crème. Crème. Nicht zu vergessen, der Tartar. Die Rohren hinunter ins Fröding. Erinnerst du dich? Die Kirschbäume durchblühten. Und das war noch vor der Autobahn. Die Butter aus Holland. Die schlafen aus Tiefen aus Frankreich. Caprice de Dieu, wollte der Götter. Essen. Und dann brühe ich den Kaffee. Und dann haue ich mich voll. Und das ist mir so wunderbar schlecht. Und dann rauche ich eine schwarze und nehme mich zurück. Und dann gehe ich zum Schrank und hole mir einen Quelle-Katalog. Über zwei Zentimeter höher. Und dieser zwei Zentimeter breiter und mindestens 100 Seiten dicker ist der von Neckermann. Und dann blattere ich. Und dann gucke ich mir all die bunten Sachen an. Und diese einzelne bunte Sache ist anders als das hier. Und dann strecke ich alle Vierer von mir. Und dann sage ich ganz laut in diesem Leer auf dem Klo, in dem die einen rauslassen, wieder, wie von Konsumpierer quatschen. Die habe ich schon lange gegessen. Und dann breit up. So. So. Thatt. So. Vielen Dank.